Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man ganz einfach den derzeitigen Visual Style vom Firefox, das hier ist die Version 92, wieder zurückstellen kann. Das neue Design ist vor ein paar Versionen eingeführt worden und trifft offenbar nicht jedermanns Geschmack. Und eine kurze Zeit lang hatte man die Möglichkeit, als Nutzer das Ganze selber zurückzustellen, über das Programm direkt. Aber natürlich wollen die nicht immer alle alten, ich sag mal, Design-Versionen mit rumschleppen. Insoweit ist die Möglichkeit mit der jüngsten Version vom Firefox verschwunden. Glücklicherweise bringt der Firefox aber schon seit dem ersten Tag die Möglichkeit mit, das Aussehen nach eigenen Wünschen anzupassen. Und insoweit, die Funktion nutzen wir jetzt ja einfach dann dafür. Dazu müssen wir eine Datei erstellen und den Inhalt der Datei, den finden Sie natürlich über die Beschreibung verlinkt, wird dann dafür sorgen, dass eben hier diese Tabs, das ist wohl oftmals der Kritikpunkt, die schweben dann nicht mehr, sondern sind dann eben mit der entsprechenden Seite da unten verbunden. Wird man gleich sehen können. Und für all diejenigen, die sagen, oh klasse, ich kann das da in die Datei einfügen, aber wie hätte ich das hier überhaupt finden können? Nun, unter anderem gibt es zum Beispiel auf Reddit einen eigenen Subreddit Firefox CSS und ja, da kümmert sich die Community nur um diese Geschichten insoweit. Da einfach nachschauen oder sich die Unterhaltungen durchlesen und dann reinklicken und dann den entsprechenden Code abgreifen, habe ich jetzt hier genauso gemacht. Damit der Firefox unsere Design-Datei allerdings auch akzeptiert, müssen wir das a. im Firefox einschalten und b. Naja, die Datei müssen wir natürlich erstellen. So, wir beginnen erstmal mit dem Einschalten dazu in einem neuen Tab, einfach about.config eingegeben, mit Enter, das Risiko da akzeptiert und dann hier nach toolkit.le gesucht. Dann finden wir nämlich Legacy User Profile Customization, Style Sheet, falsch. Klicken wir einmal drauf, dann ist das Ganze wahr. So, und solange der Schalter so gesetzt ist, schaut der Firefox beim Start nach der entsprechenden Datei. Das heißt, wenn Sie das eventuell mal später wieder rückgängig machen wollen, die Datei natürlich entfernen und das hier einfach wieder zurücksetzen, dann kriegt man wieder das Standard-Layout. So, die Datei bzw. den Schalter haben wir also gelegt. Deswegen nochmal ein neues Tab geöffnet, about.support.com und dann scrollen wir ein bisschen nach unten. Dann kommen wir nämlich hier zu unserem Profilordner. Da klicken wir drauf und dann öffnet sich sofort der Firefox bzw. der Explorer und der ist jetzt direkt in unserem Profilordner. So, hier müssen wir jetzt im ersten Schritt einen Ordner erstellen, also rechte Maustaste, Kontextmenü aufrufen, neu einen Ordner und den nennen wir Chrome. Nachdem wir den erstellt haben, klicken wir da rein. Hier klicken wir nochmal mit der rechten Maustaste. Jetzt erstellen wir nämlich hier die Datei. Ich nehme das jetzt hier mal als Textdokument. Nachdem das erstellt ist, wähle ich Bearbeiten an. Dann öffnet sich nämlich hier der Editor. Dann nochmal zurück hier auf die entsprechende Seite. Ist natürlich über die Beschreibung verlinkt. Ich klicke jetzt hier drauf, dann habe ich nämlich nur den reinen Text, den ich brauche. Dann STRG A zum Markieren. STRG C zum Kopieren. Und jetzt in die Datei rein. STRG V. Dann ist das alles eingefügt. Danach Datei. Speichern unter. Dateityp. Alle Dateien. Und jetzt als Dateiname User. Das wird klein geschrieben. Aber das C muss groß geschrieben werden. User Chrome. .css. So, haben wir den Dateinamen so gewählt. Klicken wir auf Speichern. Dann können wir das hier schließen. Ich gehe aber nochmal rein. Denn hier haben wir noch die andere Datei, die da gerade erstellt wurde. Die nehmen wir einfach raus. Dann haben wir nur noch unsere User Chrome.css Datei da drin. So, das können wir jetzt theoretisch auch wieder schließen. Wir sind auf jeden Fall schon fertig. Ich gehe nochmal hier auf meine Seite Informationen zur Fehlerbehebung. Denn wir sind fertig. Im letzten Schritt jetzt den Start Cache löschen. Dann klicken wir drauf. Dann wird automatisch neu gestartet. So, und jetzt sieht man schon direkt die Veränderung. Also unsere Style-Datei, die wurde jetzt eingelesen. Und deswegen sehen die Tabs jetzt anders aus. Ist also ganz einfach. Wie gesagt, der Link hierzu ist über die Beschreibung verlinkt. Und wer noch weitere Anregungen braucht, auch hier dazu das Ganze verlinkt. Und dann einfach hier nachschauen. Und dann entsprechend anpassen. Im Grunde immer nach dem gleichen Prinzip. Okay.